Musik Sachsens Hauptstadt Dresden ist weltweit als Elbflorenz berühmt, aber Sachsen ist inzwischen auch eine Hochburg der Fremdenfeindlichkeit in Deutschland geworden. Darüber spreche ich mit dem Oberbürgermeister von Dresden, Dirk Hilbert. Herzlich willkommen, Herr Hilbert. Einen schönen guten Tag. Schön, dass Sie dabei sind, meine Damen und Herren. Das ist das DW-Interview. Mein Name ist Thomas Spahn. Herr Hilbert, Flüchtlinge werden im Bus bepöbelt, Anwohner klatschen, wenn Flüchtlingsheime in Flammen aufgehen. Und jeden Montag versammeln sich bei Ihnen mitten in Dresden die Ausländerfeinde. Sie sind selber Sachse. Wie beschämend ist das für Sie? Ich bin ja selber mit einer Ausländerin verheiratet, eine Gorianerin. Insoweit ist es für mich eine sehr schwierige Situation, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Ein Bild, was unsere Stadt vermittelt, was alles andere als das Bild ist, was ich mir vorstelle, gerade weil sich Dresden in den vergangenen 25 Jahren nach der Wende sehr gut entwickelt hat. Ein Anziehungsort für Wissenschaftler, Kulturschaffende und auch gerade verschiedenste Mitarbeiter international in den internationalen Unternehmen gewesen ist. Ist das für uns sehr schmerzlich. Und Sie haben es anklingen lassen, für Sie persönlich auch, weil Sie mit einer Ausländerin verheiratet sind. Werden Sie, wird Ihre Frau angefeindet inzwischen auch? Ein bisschen glücklicherweise hat es da keine Vorfälle gegeben. Sie hat mir mal einen Vorfall gesagt, aber das ist dann eher Ironie. Das ist das Schicksal, wo ein anderer Ausländischer mit Bürgern Sie da mal ein bisschen angemacht hat, aber sonst ist glücklicherweise nichts vorgekommen. Aber die Ausländerfeinde sind mittlerweile selbst an Ihrem Wohnort in Klotzsche aktiv. Es gibt Bürgerinitiativen gegen Fremde dort. Müssen Sie nicht zunehmend Angst haben, wenn Ihre Frau allein dort unterwegs ist beispielsweise? Es macht einen schon nachdenklich und auch ein Stück nervös. Und das ist ja der Begleitumstand, den wir in der Stadt gesellschaftlich insgesamt sehen. Also Menschen, die aus aller Welt in unserer Stadt gekommen sind, die sich absolut wohlfühlen. Es ist eine wunderschöne Stadt, finden gerne dort arbeiten und leben, haben plötzlich Ängste, wenn sie auf die Straße gehen. Und das kann nicht unser Ziel sein, dass das weiterhin so bleibt, dass Ängste, wenn man in einer Stadt lebt, da sind. Sie sind im letzten Sommer mit einer großen Mehrheit zum Oberbürgermeister gewählt worden. Würden Sie sagen, die Mehrheit der Dresdner ist liberal und weltoffen? Glaube ich schon, ja. Es gibt auch das andere Dresden, das verbunden ist mit dem Namen Pegida. Das sind die patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes, so nennen sie sich. Und tragen jeden Montag Demonstrationen aus, in denen gegen Ausländer agitiert wird. Sind sie die heimliche Mehrheit der Dresdner? Nein, nein. Man sieht auch die Begrenztheiten, die Pegida erreichen kann. Zur Oberbürgermeisterwahl hatten sie eine eigene Kandidatin aufgestellt. Die ist bei 9,6 Prozent gelandet. Und das ist, glaube ich, auch so ungefähr das Maximale, was an Zuspruch in unserer Stadtgesellschaft für Pegida tatsächlich da ist. Wir sehen aber, dass Dresden eine Bühne darstellt, die nicht nur von Dresdner, sondern von vielen auch Zugereisten aus dem ganzen Bundesgebiet genutzt wird. Und wir sehen auch gerade montags, dass nicht wenige auch aus dem Nachbarland Tschechien kommen zu den Pegida-Demonstrationen. Und das macht mir schon Angst. Diese montäglichen Demonstrationen mit ihren Auswüchsen auch, da gelegentlich ist da Frau Merkel an einen Galgen geknüpft, als Puppe zu sehen. Die gehen um die Welt, diese Bilder. Was sind die Anhänger von Pegida für Menschen? Sind das Rechtsradikale alles? Es gibt ja mittlerweile mehrere Untersuchungen. Und das ist eben gerade weniger ausschließlich die Rechtsradikalen. Wenn der Umgang mutmaßlich auch etwas einfacher ist, dann wäre es so schön, die besorgten Bürger. Ein breiter Spektrum der Stadtgesellschaft. Und in den Untersuchungen, die bisher gemacht wurden, sind auch eher, dass sie dem Durchschnitt oder etwas sogar über dem Durchschnitt des Einkommens entsprechen. Selbstständige, auch mal ein Handwerksmeister oder das dann eben auch bis hin in die Intelligenz an Menschen hinein. Sie sind eher männlich. Sie sind eher, ich sag mal mal, in der zweiten Lebenshälfte stehen. Also weniger, dass die jüngeren Leute da sind, aus der Region schon, aber aus der Stadtgesellschaft eher weniger. Und damit muss man sich auseinandersetzen. Warum gehen die da hin? Das ist jetzt die soziologische Aufgliederung, die Sie uns gerade erläutert haben. Aber woher kommt dieser Hass gegen Fremde? In den ostdeutschen Bundesländern gibt es vielleicht zwei Prozent Migranten im Durchschnitt. Ich würde es noch gar nicht mal als Hass als erstes bezeichnen, sondern zunächst auch erst mal als Ängste, die eine Rolle spielen in der Stadtgesellschaft. Die kommt daher, dass man keine Erfahrung hat. Sie haben es angesprochen, zwei Prozent im Osten insgesamt, vielleicht auch bei uns in der Stadt, waren es, bevor der größere Flüchtlingsstrom gekommen ist, bei circa vier Prozent liegen. Und wenn innerhalb von kurzer Zeit eine nahezu Verdoppelung der Menschen mit Migrationshintergrund passiert, dann auch aus Ländern, wo bisher kaum Erfahrungen da sind, das erzeugt das erst mal Ängste. Und damit müssen wir uns auseinandersetzen. Montag für Montag wird demonstriert von den PEGIDA-Anhängern und der Organisation selber. Es gibt aber auch Gegendemonstrationen von Dresdner Bürgerinitiativen. Und Sie sind gelegentlich auch dazwischen zu finden, zwischen diesen beiden Lagern. Was wollen Sie erreichen? Ich möchte die Stadtgesellschaft wieder zusammenführen. Das ist mein erklärtes Ziel. So wie wir in den vergangenen Monaten in unserer Stadt gelebt haben, kann nicht unser Ziel sein, das in den nächsten Jahren weiter so zu betreiben. Wir haben in unserer Stadt den öffentlichen Signale, den Ausbruch, das sichtbare Signal, die Bühne von Gegendemonstrationen, was in anderen Stadtgesellschaften unterschwellig ganz genauso vorhanden ist. Und ich glaube, dass wir uns dem Dialog stellen. Also gemeinsam mit der Kirche lade ich jetzt zu verschiedensten Dialogforen ein, mit einzelnen Themenstellungen, die wir uns auseinandersetzen. Und bei den bisherigen Veranstaltungen hatten wir jeweils zwischen 500.000 Teilnehmer. Sie sagen, Sie wollen den Dialog führen, auch mit PEGIDA-Anhängern. Wenn man einige dieser Dialogversuche gesehen hat, da werden Sie auch niedergebrüllt. Kommen Sie überhaupt durch mit Ihren Argumenten? Also niedergebrüllt bin ich noch nie geworden. Es gab sehr wohl, dass es den einen oder anderen dann auch Zwischenruf gibt. Und man sagt, nun, heute vielleicht bestänkliche Stimmung mal da. Aber gerade auch, wenn ich an die letzte Veranstaltung Anfang Februar denke, es war dann in der Dialogveranstaltung, also in dem, dass die Bürger ihre Meinung vortragen können, sehr zivilisiert gewesen, sogar stärker als in der vorhergehenden Veranstaltung. Man hört sich stärker zu. Und das ist schon erst mal ein wesentlicher Punkt hin, dass man auch miteinander ins Gespräch wiederkommt. Ihr Ministerpräsident Tillich und auch andere Verantwortungstragende in Sachsen haben lange gesagt, das ist kein sächsisches Phänomen, das gibt es überall in der Bundesrepublik. Mittlerweile gibt es den Vorwurf, Sie hätten durch die Verharmlosung der Entwicklung in Sachsen dazu beigetragen, dass es eskaliert. Ist da was dran? Ich will nicht sagen, dass es mal verharmlost worden ist. Wo ich mir als Stadt Dresden meine Sorgen mache oder rückwirkend sage, vor über einem Jahr, als Pegida angefangen hat, damals ein wirksames Signal gleich dagegen, hätte vielleicht gar nicht erst zu dem Zulauf geführt, den es später bekommen hat, sodass wir heute immer weiterhin die Bühne sind, viel größer als es in anderen Städten gewesen ist. Damals war die Diskussion durchaus auch an den politischen Eliten gewesen, gar nicht erst zu viel Aufmerksamkeit zu geben. Die haben sie aber dann gewonnen. Pegida trommelt jeden Montag weiter. Sie könnten das beenden, indem Sie die Demonstrationen verbieten. Sie wollen das aber nicht. Ist das nicht Toleranz gegenüber Intoleranten? Also, wenn ich eine gesetzliche Basis hätte, es verbieten zu können, zu müssen, würde ich es auch tun. Die gibt es aber nicht. Wir haben ein hohes Gut grundgesetzlich geschützt, Meinungsfreiheiten, Demonstrationsrecht ausüben zu können. Und das werde ich auch nicht mehr biegen. Denn das ist genau das, was Wasser auf die Mühlen ist für diejenigen, die zu Pegida gehen, dass die politischen Eliten eben Auslegung nach Gusto machen. Und das werde ich nicht tun. Sondern ich muss, und das muss auch die Gesellschaft aushalten, wir müssen uns damit offen auseinandersetzen. Wir müssen den mühsamen Prozess machen, uns auch dem Dialog zu stellen, Ängste abzubauen, ins Gespräch zu kommen. Das ist nicht einfach, aber nur so werden wir es schaffen. Weil in anderen Fällen werde ich nur eins schaffen, es versuchen, unter den Tisch zu kehren. Und es wird wieder aufbrechen. Wasser auf die Mühlen von Pegida ist natürlich auch die Tatsache, dass die Grenzen weiter offen sind. Immer mehr Flüchtlinge kommen. Wie sehen Sie das persönlich? Muss es eine Begrenzung der Flüchtlingszahlen geben? Ich glaube, es wird zu einer Begrenzung der Flüchtlingszahlen kommen müssen. Weil ansonsten die Kommunen, das deutsche System überfordert sein wird. Nicht nur in der Unterbringung. Das ist, glaube ich, noch das geringste Herausforderung. Sondern viel größer, indem es uns wirkungsvoll eine Integration gelingt. Und wenn uns dann unsere eigene Gesellschaft nicht mehr folgt, unsere Menschen nicht mehr folgen, dann sind auch, ich sage mal, keine wirksame, gute Flüchtlingsarbeit zu machen. Deswegen glaube ich, es wird ein natürliches Regulativ geben müssen. Das wird auch kommen. Jetzt kann man immer diskutieren, wie viel kann Deutschland schaffen? Da ist, glaube ich, schon noch Luft nach oben, aber trotz alledem. Zu Amtsantritt haben Sie versprochen, Dresden wird eine Vorzeigestadt für Asyl und Integration. Müssen Sie den Plan begraben? Nein, müssen wir mit Hochdruck daran. Ich glaube, es ist eine Vorzeigestadt, was die Unterbringung angeht. Bei uns sind ungefähr zwei Drittel der Flüchtlinge in Wohnungen untergebracht, sehr dezentral untergebracht. Wir haben im Moment, wie fast kaum in einer anderen Stadt und Region, die Flüchtlinge in Sprachkursen. Wie sagte meine Sozialbürgermeisterin letztens zu mir, als ich weitere Projekte vorgeschlagen habe, ich habe gar keine Flüchtlinge mehr, die sind im Moment wirklich alle. Wir haben im Moment vielleicht von 5000 Flüchtlingen, die in der Stadt leben, circa 4500 in Sprachkursen. Also insoweit sind wir schon vorbildlich unterwegs, sind seit Monaten daran, mit der Wirtschaft zu diskutieren, das Thema Integration in Arbeit voranzubringen. Also das, glaube ich, sind wir so schlecht nicht. Herr Hilbert, wir beenden unser Gespräch immer mit den sogenannten drei unvollendeten Aussagen. Und ich bitte, dass Sie die ergänzen. Wegen der Fremdenfeindlichkeit sind bereits Bürgermeister in Deutschland zurückgetreten. Ich bleibe aber, weil? Ich erstens meine Verpflichtung den Wählern gegenüber habe, auch meine Amtsperiode von Ausübung. Ich glaube auch, Dresden braucht einen, der die Stadt wieder zusammenführt und das bin ich. Den Anhänger von Pegida, sage ich? Sie sind einer Sackgasse. Es hat sich gezeigt, in über einem Jahr, dass auf der Straße die Lösungen sich nicht finden lassen. Für die Zukunft meines Sohnes Lukas wünsche ich mir einen Dresden? Dass man weltoffen tolerant ist und die Menschen mit Migrationshintergrund gerne willkommen heißt. Dirk Hilbert, vielen Dank für das Gespräch. Bitteschön. Untertitelung des ZDF, 2020